Verdacht, strittige Aufnahmen zeigen die Wahrheit um Lauterbach. In einem Berliner Bundeswehrkrankenhaus lässt sich Lauterbach am Montag vor der Presse den neuen Stoff verabreichen. Bei BR hat die Ärztin nämlich eine Brille auf. Na was? Und beim NDR... Nein, Digga! Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Lernen und Vlog Highlights. Ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Und zwar ziehen wir uns heute mal wieder ein Video von der Chrissy rein über den guten Herrn Lauterbach. Das Video heißt Verdacht, strittige Aufnahmen zeigen die Wahrheit um Lauterbach. Keine Ahnung, um was es geht. Wir werden es jetzt sehen, um was es geht. Daumen nach oben, da lassen, Kommentarchen schreiben und den Kanal abonnieren. Ab geht der Peter, würde ich sagen. Let's get it on. Los geht's. Es gibt wieder große Rätsel und Spekulationen um Lauterbach. Kann es sein, dass er das alles nur vorgetäuscht hat? Hallo meine Lieben, als Gesundheitsminister gilt er als Vorbild der Nation. Und mit seiner... Lassen wir mal erstmal so stehen. In den 16 Jahren gilt er auch als Risikokandidat beim großen C. Und die STIKO empfiehlt hier auf jeden Fall eine Auffrischung. Und dem geht natürlich ein... Was empfehlen die schon jetzt, ja? Also die STIKO empfiehlt gerade eine Auffrischung für alle Leute, die in dem Altersrahmen unterwegs sind. Siebter Booster? Wie viele Booster-Shots gibt es denn jetzt mittlerweile? 5, 6, 7? Ich weiß gar nicht mehr. Ich komme da gar nicht mehr mit. Gibt es da auch eine Flatrate oder so ein Abo? Oder muss da irgendwie sowas in die Richtung? Das Vorbild nach, denn er kann ja nicht eine Sache sagen und was anderes dann dementsprechend machen. Und man macht es zu einer großen Show. Denn im Geheimen, ja wer glaubt es dir also, in einem Berliner Bundeswehrkrankenhaus lässt sich Lauterbach am Montag vor der Presse den neuen Stoff verabreichen. Der neue Stoff kommt rein in den Arm. Was eben groß inszeniert. Er freut sich darüber. Aber das gibt genau jetzt sehr viele Spekulationen und Rätsel darum, ob er vielleicht einiges auch gefakt haben möchte. Zum einen, sagen sie, äh, war die Frage groß, wie viele hatte er? Was, 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 was? Der hat das angeblich gefakt oder was? Oh shit, das wäre krass, Digga, wenn jetzt rauskommt, dass Lauterbach selber sich gar nicht pieksen lässt. Ah. Also ich bin mir fast sicher, dass auch ein Klaus Schwab zum Beispiel nicht geimpft ist. Bin ich mir fast sicher. Und deren Kinder vor allen Dingen auch nicht. Ja, wenn er überall dabei ist. Denn vieles wurde ja medial veröffentlicht, aber beispielsweise die vierte nicht. So, also hat man die Frage gestellt, hat er jetzt oder wie viel hat er nun? Und im August... Hat er jetzt oder wie viel hat er nun? 2022 erklärte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministerium, der Minister habe insgesamt vier Stück verabreicht bekommen. Da das jetzt medial alles festgehalten wurde, hat man dann auch gesehen, wie anschließend nach dieser Auffrischung dann ein Sticker reingekommen ist. In dieser Aufnahme sieht man, dass die Ärztin den dritten Aufkleber aufklebt. Oh shit, da sind die ja mies investigativ unterwegs gewesen, ne? Shit. Da wird aber ganz genau hingeguckt beim Lauterbach. Und da... Wichtig. ...sindesamt vier Eintragungen auf dieser Seite zu erkennen. Wenn aber vorher schon vier Eintragungen da waren, dann wäre das ja die fünfte gewesen. Der Scammer. Hm. Also war... Die Frage ist, ob er sich überhaupt richtig impfen lässt oder ob die mir einfach nur Kochsalzlösung reinballern, weißt du? Ich kann denen alles zutrauen. Die Aussage, die da vorgetätigt wurde auf die offizielle Anfrage, dann vielleicht nur eine Lüge oder ist da irgendwas durcheinander geraten? Zusätzlich machen jetzt auch noch zwei Bilder, die Runde, dass vielleicht nur eine Inszenierung alles war. Bei BR hat die Ärztin nämlich eine Brille auf. Na was? Und beim NDR... Nein, Digga! ...sozusagen. Danach, als es abgeschlossen war, die Aufnahme, hat sie keine mehr auf. Und jetzt fragen sich alle, was ist denn dazwischen alles passiert? Ich schwöre... Was ist mit der Brille passiert? Was ist denn dazwischen alles passiert, Bro? Hä? Ist da irgendetwas geschehen vor... Also bei der Aufnahme... Was für ein Affentheater, ey, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? ...das macht und dann nach der Aufnahme, als alles vorbei ist, bläst sich die Brille weg. Sehr, sehr merkwürdig, was da alles passiert ist. Aber natürlich alles nur Spekulationen. Digga, vor allen Dingen, wie soll denn in so einer... Guck mal, hier, also das müssen wir uns nochmal kurz angucken. Wie soll denn in dieser Zeit... Also, Bro, in der oberen Aufnahme ist die Spritze vielleicht, weiß ich nicht, vier, fünf Zentimeter vom Arm entfernt, in der unteren ist sie quasi drin. Was soll denn in der Zeit passiert sein, dass die Frau ihre Brille abnimmt noch? Die ist doch schon dabei, das reinzustechen. Guck mal, auch das erste Bild, wie er guckt, der Lauterbach, der guckt schon so. Ey, habt ihr das jetzt aufgenommen oder müssen wir noch ein Take drehen? Nee, Karl, sah nicht so real aus. Kannst du bitte nochmal, äh, genau... Und am besten, am besten die Ärztin mal die Brille runternehmen und dann aus Versehen die Bilder an die Presse rausgeschickt. Verschiedene Varianten. Was sagt denn das Volk dazu, wenn die sowas sehen? Ja, äh, bestimmt, weiß ich nicht, äh... Die kann bestimmt ohne Brille besser sehen. Das kannst du auch niemandem erzählen, Alter. Wenn das noch Leute abkaufen, dann, bro, der kannst du doch alles sagen. Und jetzt fragen sich alle, was ist denn dazwischen alles passiert? Was ist mit der Brille passiert? Ist da irgendetwas geschehen vor, also bei der Aufnahme, bevor sie es macht und dann nach der Aufnahme, als alles vorbei ist, pläst sich die Brille weg? Sehr, sehr merkwürdig, was da alles passiert ist. Aber natürlich alles nur Spekulationen, denn ein Lauterbach sagt uns ja schließlich immer die Wahrheit. Und... Hey, der ist doch ein Vorbild für uns, Mann. Gerade sportlich und gesundheitlich ist unser Gesundheitsmittel. Wir wollen alle mal so aussehen wie der Lauterbach, oder nicht? Mehr oder weniger. Und so gesund aussehen und dieses Ausstrahlen, so dieses so... Ich bin gesund, ich bin der Gesundheitsminister und... Ich bin das Vorbild, was Gesundheit angeht. Klar. ...als Vorbild hat eben das getan... Wer sonst? ...worum er auch alle anderen Bürger bittet. Denn es ist wichtig, denn du weißt, der Herbst ist da, der Winter naht und hier auch schreckliche Visionen. Und genauso wie eben bereits vor der Hitze, der Hitzeschutzplan ganz, ganz wichtig war, ist jetzt im Winter genauso ein Plan wichtig. Und er macht es eben als glorreiches Vorbild voraus. Ja, möglicherweise, weil Deutschland auch sehr viel wieder abnehmen musste. Und das jetzt auch irgendwie raus soll. Denn ansonsten ist es ja eine absolute Verschwendung, weil man dann das gute Zeug dann alles wegschmeißen müsste. Und so geht das natürlich nicht. Ja, schreibe mir doch gerne in die Kommentare, was du dafür für Informationen hast. Und was deine Meinung ist mit den... Für mich ist das eindeutig, Chrissy, meine Süße. ...dann mit den Ereignissen. Möglicherweise hast du da weitreichendere Informationen, die du mit uns teilen kannst. Also Infos habe ich jetzt nicht wirklich, aber wir können ja mal Sido anrufen. Einer hat gerade reingeschrieben, der hat sich irgendwie mit Sido getroffen, sagst du? Wir sehen uns natürlich beim nächsten Video. Bye. Crazy Shit, ich schwöre es dir. Das ist crazy, bro. Also... Das ist so ein Zirkus, Digga. Das ist ein Affentheater hier. Wer da noch wirklich rein vertraut, dann weiß ich auch nicht. Ich schwöre es dir. Also YouTube, schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. Gang. Bis dahin. Bis dahin.